Kinder, Kinder, jetzt ist es sehr normal. Vor etwa drehzig Jahren schrieb ich diese utopische Fantasie, Wackere neue Welt. Es war eine Art negativer Utopie. Es war eine Fantasie über eine Gesellschaft, in der jede Anstrengung gemacht worden war, alle menschlichen Unterschiede auszuschalten und das Produkt Mensch zu standardisieren, um schließlich tatsächlich eine Art von wissenschaftlicher Diktatur zu errichten, die auf einem Kastensystem beruhte. Damit sollte eine völlig regulierte und geordnete Gesellschaft entstehen. Und in diesem Buch habe ich mir eigentlich nur eine Reihe von Methoden ausgedacht, die man anwenden müsste, wenn man sich die Schaffung einer Art wissenschaftlicher Diktatur vorgenommen hätte. Natürlich habe ich mich dabei auf bestimmte Ereignisse verlassen, die damals schon passierten, und ich habe nur meine Fantasie benutzt, diese Ereignisse in die Zukunft zu projizieren, im Lichte dessen, was damals schon geschah. Damals dachte ich, diese wackere neue Welt läge noch weit in der Zukunft, mindestens 500 Jahre. Aber schon 30 Jahre später begann ich zu entdecken, dass viele der Dinge, die ich in die weite Zukunft projiziert hatte, bereits begannen, Tatsache zu werden. In diesem Licht nahm ich mir vor, ein neues Buch zu schreiben, Wiedersehen mit der wackeren neuen Welt, in dem ich die Dinge, die heute schon geschehen oder in der unmittelbaren Zukunft liegen, diskutieren wollte. Allerdings nicht in der Form eines Romans, sondern in der Form von einzelnen Essays. Ich wollte die Gefahren beschreiben und die Idee ausdrücken, dass wir gegen unseren Willen in eine Gesellschaftsform hineingedrängt werden, wie ich sie in der wackeren neuen Welt beschrieben habe. Diese beiden Faktoren, nämlich die Enttäuschung und die allgemeine prekäre ökonomische Situation, werden meiner Meinung nach unausweichlich zu einer immer mehr wachsenden Zentralisierung der Macht und zu einer immer weiter steigenden totalitären Kontrolle der Gesellschaft führen. Soziale Probleme führen immer zu sozialen Unruhen, und soziale Unruhen enden schließlich fast immer in irgendeiner Form von Diktatur. Ich denke, wir können sehen, dass eine sehr schnelle Bevölkerungszunahme am Ende unausweichlich zu einer totalitären Beherrschung der menschlichen Gesellschaft führen muss. Es sieht so aus, als ob jeder Fortschritt in der Technik eine entsprechende Erweiterung der Organisation erfordern würde. In dem Maße, wie die Technik fortschreitet, wird auch die Organisation immer komplexer und gleichzeitig immer mehr zentralisiert. Das Resultat dieser Entwicklung ist zunächst einmal, dass die Kontrolle über die Menschen immer mehr und immer vollständiger in die Hände von Big Business und Big Government übergeht, das heißt, in die Hände der Großindustrie und der Regierungsspitze. Und zweitens wird das Individuum immer mehr seiner unabhängigen Aktivität beraubt und wird immer mehr zu einem Rädchen in einer gewaltigen Maschine der Organisation. Diese beiden Prozesse führen natürlich zu einem Verlust persönlicher Freiheit und zu einer immer größer werdenden totalitären Macht von oben. Die Diktatoren der Vergangenheit haben ihren Willen durch Gewalt und durch Gewaltandrohung durchgesetzt. Ihr Hauptmittel, an der Macht zu bleiben, war der Terror. Die wissenschaftlichen Diktatoren der Zukunft, das heißt, der Typ von Diktatoren, den ich in meiner wackeren neuen Welt beschrieben habe, wird, glaube ich, den Terror vermutlich nicht anwenden. Diese Diktatoren werden von dem Terror Abstand nehmen, nicht etwa, weil sie menschlicher sind als die Diktatoren der Vergangenheit, sondern einfach deshalb, weil der Terror relativ wirkungslos ist. Ich glaube, dass wissenschaftliche Diktatoren sich verschiedener wissenschaftlicher Mittel bedienen werden, durch die man mit den Menschen manipulieren kann. Wir wissen heute wesentlich mehr über die Funktion des Nervensystems als früher. Früher wusste man intuitiv und aus Erfahrung, wie man mit Menschen wohl am besten manipuliert. Heute aber weiß man aufgrund wissenschaftlicher Untersuchungen, wie man Menschen am besten dazu bringt, ihre Versklavung zu lieben. Das war genau das, was ich in meiner wackeren neuen Welt herausstellen wollte. Ich fürchte, dass mit den wissenschaftlichen Diktaturen der Zukunft die Entwicklung mehr und mehr in diese Richtung treibt. Das heißt, es wird eine Gesellschaft entstehen, in der die Bedingungen wirklich unmenschlich sind, in der aber mit den Seelen der Massen so manipuliert wird, dass die Menschen diese Bedingungen nicht nur akzeptieren, sondern sie geradezu lieben. Bedingungen, die sie eigentlich ablehnen und hassen sollten. Aber durch Seelenmanipulation werden sie dazu gebracht, sie zu lieben. Lassen Sie mich mit der Technik der Suggestion und Überredung beginnen. Diese Mittel sind natürlich seit Beginn der Zivilisation angewandt worden, und zwar vielfach recht geschickt. Die Menschen wussten immer schon sowohl aus Erfahrung, als auch intuitiv, wie man das macht. Der Unterschied zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart ist jedoch der, dass wir jetzt wissenschaftlich viel mehr über den Mechanismus der seelischen Funktion und des Nervensystems wissen. Forscher wie Pavlov in Russland zum Beispiel haben enorme theoretische Einsichten in das Wesen der seelischen Beeinflussung gegeben, und zwar in das, was man heute Gehirnwäsche nennt. Folglich hat heute jeder, der an der Spitze eines totalitären Staates steht, eine gewaltige Wissensfülle zu seiner Verfügung, die er bei seinem Problem anwenden kann. Dem Problem nämlich, die Massen dazu zu bringen, seine Ideen anzunehmen und ihm zu gehorchen. Hinzu kommt, dass seine Mittel unendlich viel wirkungsvoller sind, als die Mittel, die den Diktatoren in der Vergangenheit zur Verfügung standen. Früher konnte ein Demagoge nur zu so vielen Menschen sprechen, wie er mit seiner Stimme direkt erreichen konnte. Das waren vielleicht ein paar Tausend. Heute, dank Radio, Fernsehen und Film, kann er sich gleichzeitig an Millionen wenden. Mit Tonbandgeräten kann er seine Parolen immer wiederholen. Er kann sie in die Massen hineintrommeln, sodass sie sie in einer Art von Hypnose akzeptieren. Wir sehen also, dass die Technik der Überredung und dessen, was man heute Gehirnwäsche nennt, all dem unvergleichlich überlegen ist, was in der Vergangenheit einmal war. Diese Dinge sind meiner Meinung nach von hervorragender Bedeutung für die Entwicklung dessen, was ich eine wissenschaftliche Diktatur genannt habe. In meiner Fantasie wackere neue Welt war jedoch eines der wirkungsvollsten Mittel der totalitären Kontrolle eine chemische Droge. Die Herrscher jener Zukunftswelt verabreichen ihren Untertanen eine Droge, die ich Soma genannt habe. Es ist eine fantastische Droge, denn sie vereint Eigenschaften, die eigentlich unvereinbar miteinander sind. Es war einst Timolans und gleichzeitig ein Erzeuger von Halluzinationen. Wie ich Soma beschrieben habe, war es eigentlich eine unmögliche Droge. Jedoch stellt sich jetzt heraus, dass verschiedene einzelne Drogen die Effekte meines Soma in der Tat erzeugen können. Es gibt heute chemische Methoden, mit denen man die Menschen kontrollieren kann, mit denen man sie veranlassen kann, bestimmte Dinge zu tun, bestimmte Gefühle zu empfinden und mit denen man vor allem die Menschen in einen Zustand künstlichen Glücks versetzen kann, so dass sie sogar ihr Sklaventum und die schlechten Umstände, in denen sie sich befinden, lieben. Natürlich gibt es heute noch keine Regierung, die diese chemischen Mittel der Seelenkontrolle anwendet. Die Tatsache jedoch, dass diese Mittel existieren, stellt eine dauernde Versuchung, sie anzuwenden dar. Jede Technik, die möglich ist, wird früher oder später auch einmal angewendet. Und ich glaube, dass wir uns ohne große Fantasie vorstellen können, dass diese chemischen Mittel möglicherweise einmal von wissenschaftlichen Diktatoren der Zukunft systematisch benutzt werden. Ich glaube, dies wird mit großer Wahrscheinlichkeit geschehen. Eine andere Entwicklung ist die elektrische Kontrolle des Gehirns. Es gibt da eine Reihe von sensationellen Experimenten, die an Tieren vorgenommen wurden. Man hat kleine Elektroden in verschiedene Gehirnbereiche der Tiere eingeführt und konnte dadurch eine vollständige Kontrolle des Benehmens der Tiere erzielen. In wenigen Fällen von hoffnungslosem Irrsein hat man diese Methode auch auf menschliche Gehirne angewendet und dabei die gleichen Effekte erzielt. Auch hier wieder müssen wir die Möglichkeit ins Auge fassen, dass wissenschaftliche Diktaturen sich dieser außergewöhnlichen Entdeckungen bedienen, die jüngst auf dem Gebiet der Nervenphysiologie gemacht worden sind. Zunächst einmal will mir scheinen, dass es absolut notwendig ist, uns darüber klar zu sein, was vorgeht. Die Öffentlichkeit muss wissen, was in der Welt passiert. Ich glaube nicht, dass die verschiedenen Massenkommunikationsmittel ausreichend benutzt werden, um uns über diese Dinge zu informieren. Sie sind primär darauf gerichtet, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit abzulenken. Sie bringen uns alle Arten von absurder Unterhaltung ins Haus. Wir müssen aber erkennen, was vorgeht. Und wenn wir uns dieser Dinge bewusst sind, dann müssen wir ernsthaft darüber nachdenken, was getan werden kann. In vieler Hinsicht ist das sehr schwer. Es ist zum Beispiel sehr schwer zu erkennen, was wir mit dem Problem der Überbevölkerung tun sollen. Und zwar in der kurzen Zeit, die uns noch bleibt, bevor sich ihre zerstörerischen Auswirkungen auf dem sozialen Bereich entfalten. Auf dem Gebiet der Überorganisation zum Beispiel können wir, glaube ich, eine ganze Menge tun. Ebenso auf dem Gebiet der revolutionären Entdeckungen, direkt auf die Seele des Menschen einzuwirken. Ich glaube, wenn Moralisten, Theologen, Politiker und Gesetzgeber zusammenkommen, um über diese Probleme zu diskutieren, kann man gesetzliche, politische und erzieherische Mittel finden, die garantieren, dass diese ganzen revolutionären Entdeckungen, die jetzt und in Zukunft gemacht werden, zum Wohle der Menschheit eingesetzt werden. und nicht zu ihrer Erniedrigung und endgültigen Versklavung. Das ist unsere beste Hoffnung. Es ist keine sehr rosige Hoffnung, aber es ist unsere einzige Hoffnung. Und wir müssen uns dieser Dinge bewusst werden, wie ich schon sagte, und wir müssen dann unsere ganze Intelligenz und unseren guten Willen einsetzen, um die rechte Lösung zu finden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017